Schau, da ist ein Kranke! Munition fürs Scharfschützengewehr. Na, natürlich. Ah, ja. Ja, ist schon klar. Nein, ich hab sie erschossen! Verdammt! Der Typ ist zu schnell gestorben. Verdammt, ich hab sie erschossen. Hups. Ah, erklär das mal dem Präsidenten, ey. Ja, äh... Deine Tochter... Ja... Hab ich erschossen. Ähm, meine Frage... Warum... Kann man hier nicht einfach ins Wasser gehen und darüber schwimmen jetzt in dem Sinn? Gott, die stöhnt ja, als würde sie da berghochklettern, ey. Ha! Arschgeschossen! Hi! Ach, weil die hier alle gerade zu mir kommen, das ist ja nett. Okay, das finde ich schon mal sehr gut, Ashley. Was? Ich hab keine Munition mehr für meine Pistole. Na, jetzt geht's aber los. Nein! Du rüstst ihn nicht an! Du rüstst ihn nicht an! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bitte Ashley! Beeil dich! Ich kann ihn nicht mehr lange abhalten! Boah, kurbel doch mal schneller, Mensch! Jawoll! Muss ich dich jetzt auch noch auffangen, oder was? Leon! Ja! Ich bin noch da! Meine Zesse! So ein verwöhntes Gehörer... Ding da... Komm mit! Wir rennen! Ich hab schon... Ich hab schon genug Munition hier verschwendet. Wie lange brauchst du denn, hallo? Also, die war nicht... Also, sie ist eindeutig nicht die sportlichste. Okay... So! Und weiter geht's! Warum... Was zum... Der Raum ist ja riesig! Kann man nicht öffnen... Oh, Munition! So! Ist ja schön, dass ich jetzt hier Shotgun... Äh... Erquatsch... Dass ich hier so viel... Von der... Ne, hier geh ich noch nicht weiter... Von der... Ähm... Maschinenpistolen-Munition bekomme. Aber... Ich brauch jetzt ehrlich gesagt... Lieber... Gesundheit... Momentan... Äh... Pistelschüsse. Das war jetzt schwer gerade. So... Dann... Einmal... Bevor ich zum Händler... Da gehe... Will ich mal wissen, was das hier ist... Ah, ja... Okay... Das sieht mir aus wie ein... Okay... Also so... So was... So ein Minispiel sozusagen... Ich glaube, dass... Ich mach mal hier so ein bisschen Minispiel... Oha... Ähm... Ähm... Ich... Ich... Bin mal der Meinung... Ich nehm mal lieber Sniping... Okay... Und dann muss ich hier durch? Ach... Das ist ja niedlich! So ein Minigame... Mal schauen... Na dann nehmen wir doch lieber DIE für! Upsi... Ach ja... Man sieht eh schon meine Controller-Steuerung hier... Das Einschussverfahren... Das erzählt mir ja gar nicht... Oh... War zu langer... Jetzt wechseln wir doch mal Top-Pistol... Weil ganz ehrlich... Das ist mir ein wenig... Komm schon... Ich bin nicht besonders gut mit Controller... Vor allem nicht am PC jetzt... Ach nee... Komm... Da nehm ich jetzt die Pistol für... Was? Ach, die Augen sind ja lustig. Ja, ähm, das ist ja lustig, das Spiel, aber ehrlich gesagt, ähm, so, sorry, ähm, so viel Spaß macht das dann doch nicht. Gibt's hier sonst noch irgendwas, was vielleicht zum Aufheben? Leider nicht. Dann zum Händler. Willkommen. Got some rare things on sale. What are you selling? Is that all strange? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? 90.000, meine Güte, wie viel Geld habe ich denn? Is that all stranger? Thank you. Thank you. Was? Ich glaube, ich wette jetzt mal lieber nur noch die Feuerkraft aus. Thank you. Damit ich nicht so viel Munition verschwenden muss. Die Kapazität ist mir eigentlich herzlich egal. So, dann speichern wir hier weiter. Einen kurzen Blick auf die Karte werfen. Ich hoffe, gar nicht auffällig, sich davor zu stellen. Ashley! What's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Kapitelende. Und meine... Meine Schussrate, also meine Genauigkeit wird immer ungenauer, muss ich sagen. Jetzt bin ich schon bei 76%. Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel ist schon eins gestiegen, aber dennoch. Ach, naja. Ach, gut, warum wollen wir nicht nochmal sprechen? Ja. Wir haben eine Forschung gespeichert. Spendierer. Hunnigan, was ist passiert? Die Transmission wurde der Runde gespeichert. Hehehehehehe. Salazar. Wie ist es? Wir haben die Runde gespeichert. Wir haben nicht gesagt, dass alle eine Art.